Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hight & Seek, wieder auf Hive. Unser Spiel startet in 18 Sekunden. Ich weiß gar nicht, welche Map gewonnen hat. Wir spielen auf jeden Fall, ich glaube, Space. Ja. Ich auch, ich bin auch Deutscher. Egal. Und es geht jetzt auch schon los. Ja, wundervoll. Diese Map kenne ich gar nicht. Na okay, ein, zwei Mal habe ich sie gespielt. Oh, diese Potallautstärke. Ja. Aktuell ist es 10. Ach, jetzt ist hier was auf einer Seite. Lass mich kurz wegmachen. Na super, ich weiß schon mal, wer der Seeker ist. Ich stelle mich hier einfach hin. Könnt ihr ja sehen, hier in zwei Sekunden bin ich fest. Und nun ist es ein solider Block. Haben wir letztes Mal ja nicht gesehen, weil ich einfach nur blöd rumgelaufen bin. Oh Gott, es gibt schon drei Sucher. Die töten sich hier schon. Oh, diese Potallautstärke. Wo ist denn das Portal? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ist mir egal. Oh, danke schön. Reicht mir ja mal. Ja, denkt sich diese Sounds aus. Ich kann mich immer wieder drüber wundern, wer sich sowas ausdenkt. Geht einfach nicht. So grausig. Oh, mit dem Fahnen sieht euch ganz schön aus. Können wir beim Let's Bay auch machen. Wenn wir irgendwann ein Haus haben sollten. Nicht irgendwo im Dorf uns einlisten. Ah, was soll's. Haus ist Haus. Ach, dass es nicht meins ist. Es sind schon fünf Leute, die suchen. Da vorne sieht man sie so rumrennen alle. Mal dieser Hebel. Nichts? Oh, die wir auch denken können. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ach, er sieht mich auch. Er sieht mich auch. So, schon sind wir wieder Sucher. Bitte lasst euch nicht von den beiden Runden, die ihr gesehen habt, beeinflussen. Ich... Ah. Ich nehme auch auf. Also, nicht beeinflussen, dass ich bin nicht so schlecht. Ich kann mich auch verstecken, aber es ist einfach nicht meine Zeit. Und wenn ich dazu noch labern muss, dann... Oh, dann geht das gar nicht. Mein Kanal ist neu. Seit gestern. Uh. So, finden wir irgendwie so. Ich finde keinen, ehrlich gesagt. Komm mal da hoch. Hä? Wow. Ganz ehrlich, warum hat sich das bei mir eben nicht geöffnet? Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich richtig gemobbt. Hä? Ähm. Das sagt ja nur dezent, ne? Okay, ich lade gerade ein paar YouTube-Videos hoch, aber... Naja. Man muss dazu sagen, ich wohne auf dem Dorf. Dementsprechend ist meine Verbindung. Also, es ist nicht die beste. Da darf ich mir einfach nicht... Wie gesagt? Ich kann mir nichts vorliegen. Es ist eine schlechte Verbindung. Die ist ultra schlecht. Und ich habe noch keinen gekillt. Und das... Ah, das hört mich gerade auf. Tür. Danke. Tür. Danke. Genau, hier war ich das letzte Mal. Hab ich hier irgendwo verste... Na, es hakt wirklich nur dezent. Nein, echt jetzt. Das... Willst du mich verarschen? Nehme ich als Ja. Ja, dann sind wir hier gefangen, die Freunde. Das ist auch okay. Komm ich jetzt wenigstens raus? Ne, ich gehe jetzt in die andere Richtung. Ne. Ich schlage hier die Tür ein. Oh. Nein. Ich fühle mich nicht verarscht. Nein. Nein, ich doch nicht. Ach, komm bitte. Ja. Danke. Ja, jetzt geht's super. Warum darf ich nicht in die andere Richtung? Nee, es reicht. Es reicht. Lass mich hier raus! Warum hakt das so doll? Bitte nicht mehr haken. Ich bin auch ganz langsam. Pils. Das ist eine scheiß Aufnahme. Das ist eine richtig schlechte Aufnahme. Ich glaube, schlechter geht's gar nicht mehr. Ich heul gleich. Oh, Mensch. Ich hab keinen getötet. Gar nichts. Steht ja da sowas Spaß. Nein. War schon wieder hakt. Ganz ehrlich. Ich hänge gleich noch eine Folge hinten ran. Die kommt wahrscheinlich dann heute auch noch hoch. Und ich versuch's jedenfalls. Weil, wie gesagt, ich lade gerade zwei Videos hoch. Das erste ist die erste Folge von Minecraft Let's Play. Das zweite ist die erste Folge von so Taikon Ex... Ja, also... Ja, ich bin immer so verplant. Denkt euch nichts dabei. Jedenfalls. Naja. Das macht Spaß. Das war das Wichtigste. Wir haben gar keinen getötet. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Okay, wir saßen die meiste Zeit in der Tür fest, aber... Ah, das ärgert mich. Komm, irgendwie die letzten neun Sekunden. Noch irgendjemanden töten. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ja, sofort gebe ich auf. Mir doch egal. Bleibt doch in euer Verstecken. Sondern es tut mir leid, diese Chaosaufnahme. Und ich denke mal, ja, ich nehme gleich doch eine auf. Und wir sehen uns dann. Ciao.